Ihr habt 30 Riesen verloren. Was? Hat jemand eine Idee, wer für die Sabotage verantwortlich sein könnte? Willkommen in Australien! Hier werden sich zwölf Personen einem abenteuerlichen Wettstreit stellen. Wir sind wegen des Geldes hier. Erledige die Aufgaben, gewinne das Geld. Ich bin hergekommen, um Dom Cruise zu sein und jede Mission zu erfüllen. Doch unter ihnen befindet sich ein Schwindler. Wer sich gar nicht verdächtig macht, dem sollte man am meisten misstrauen. Sabotage. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir gegen eine Person spielen. Dies ist kein Mannschaftsspiel. Als würde man gebeten werden, Menschen zu manipulieren. Ihr sucht also nach dem Passwort? Ist es eine Strategie, ist sie verdammt gut. Im Moment scheint der Maulwurf zu gewinnen. Hast du jemals an mir gezweifelt? Ich weiß immer noch nicht, was ich da gerade gesehen habe. Das war ein furchtbarer Start für unsere Mission. Dann wären wieder 10.000 verloren. Ich bin noch nicht bereit zu gehen. Im Moment ist das ganze Team verdächtig. Selbst wenn hätte ich keine Ahnung, wer der Maulwurf ist. Jede Mission, an der du beteiligt warst, ist gescheitert. Heute Abend geht jemand nach Hause. Einer von euch lügt nach. Du hast nie gelogen? Ich bin noch nicht dafür gelogen. Du hast dies gescheitert. Ta CMS genießen Bread. Wer die Probe hochte detox. Werw so schnell verstehe? Verwö� auf. Schöne Bauchte Pokemon operatoren. Vielen Dank.